Musik Guten Tag meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir sind jetzt wieder wohlbehalten in Amerika angekommen, nachdem wir in Deutschland die Tage der ungesäuerten Brote und das Passag erhalten haben und dort einige Predigten auch gegeben und dann aufgeladen haben. Und heute möchte ich jetzt mit etwas beginnen, das sehr wohl in den Rahmen der Jetztzeit passt, das sehr relevant ist, auch wenn man es vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt so sehen möchte. Ich habe nämlich ein wenig im Buch der Chronik studiert und heute möchte ich Ihnen ein paar Beispiele geben aus dem zweiten Buch Chronik. Nun, die Bücher Chronik sind eigentlich nicht unbedingt die Bücher, die vielfach gelesen werden, weil sie auch sehr technisch sind in gewisser Weise. Wir müssen aber nicht übersehen und dürfen es nicht, dass das erste und zweite Buch Chronik im hebräischen Text die beiden letzten Bücher sind im Alten Testament, so wie es eigentlich angeordnet wurde. Und von daher ist auch das schon bemerkenswert. Nun, während die Bücher ersten und zweiten Könige viel über die Könige von Israel und von Judah sprechen, spricht das zweite Buch Chronik ausschließlich vom Haus Judah, von den Königen des Hauses Judah und nur dann von den Königen des Hauses Israel, wenn sie in Beziehung standen zum Haus Judah. Wir wissen ja, dass nach Salomo es zu einer Reichsteilung kam zwischen diesen beiden Häusern. Da gab es zwei Königreiche, das Haus Israel und das Haus Judah. Und das Haus Judah beinhaltete die Abstammung von David. Gott hatte ja David gesagt, dass er niemals einen Nachkommen haben würde, der nicht auf dem Königssitz, dem Thron von David, sitzen würde. Mit anderen Worten, er würde immer einen Nachkommen haben, der auf dem Thron sitzen würde, dem Thron Davids. Und dann letztlich war es so, zunächst einmal war der Thron Davids dann über das Haus Judah. Dann später unter Jeremia wurde das geändert, sodass dann der Thron Davids über das Haus Israel herrschen würde, bis hin zur Wiederkunft Christi. Und Jesus Christus wird natürlich dann auf dem Thron Davids sitzen, wenn er zurückkommt und von dort aus regieren. Nun, die Tatsache, dass David immer einen Nachkommen haben würde, der auf dem Hause David oder auf dem Thron David sitzen würde, bedeutet nicht, dass diese Nachkommen unbedingt gerecht waren. In den meisten Fällen waren es nämlich die Nachkommen des Königs Davids keineswegs. Nun, es gab keinen König nach der Reichsteilung im Hause Israel, der gerecht war. Nicht einen. Es gab einige im Hause Judah, die gerecht waren, aber auch nicht allzu viele. Und heute möchte ich jetzt dieses Thema aufgreifen und gleichzeitig dann die Frage stellen, nun, wie ist es, wenn jemand gerecht ist, wenn jemand gut anfängt in seinem Leben, wenn er die Wahrheit erkannt hat, wenn er der Wahrheit folgt, wenn er gute Taten tut, ist das dann total garantiert, dass er auch mit der jetzigen Situation besprechend, dass er dann im Reich Gottes sein wird? Hat er es dann geschafft? Oder besteht die Möglichkeit, dass er gleichwohl, auch wenn er gut begann, schlecht endet? Nun, eine rhetorische Frage natürlich, wir wissen alle, dass dies eine Möglichkeit ist. Die Bibel spricht von einem Abfall. In vielen Fällen im Laufe der Jahrhunderte ist ja bereits ein Abfall von der Wahrheit bei vielen Menschen bereits erfolgt, aber er wird sich fortsetzen, dieser Abfall. Bis hin zur Wiederkunft Christi werden noch viele Menschen abfallen von der Wahrheit, die möglicherweise zunächst einmal die Wahrheit ganz gut verstanden hatten. Wenn wir jetzt einige Beispiele aus dem zweiten Buch Chronik lesen, sollten wir uns daran erinnern, dass Paulus sagt, alles das, was geschrieben steht, im Alten, so war das auch im Neuen Testament, ist für unsere Anleitung geschrieben, für unsere bessere Erkenntnis im Hinblick auf die Lebensweise, die Gott von uns erwartet. Sie dienen als Ermahnung, sie dienen als Leitung, Anweisung, auch Doktrin, Ermunterung, auch Verbesserung. Und wenn wir die Bibel lesen und wir lesen sie aufgrund von irgendwelchen Gefühlen des Entertainments, weil wir haben nichts Besseres zu tun, dann lesen wir ein bisschen die Bibel, dann lesen wir sie aus den falschen Motiven heraus. Dann können wir auch Grimms Märchen lesen oder irgendwas, etwas dergleichen. Nein, es geht darum, wenn wir die Bibel lesen, sollten wir sie lesen, um besser verstehen zu können, wie wir den Weg Gottes gehen können. Besser verstehen zu können, wer und was eigentlich Gott ist, was das Potenzial des Menschen ist, wie man Gott lieben kann, wie man den Menschen, den Mitmenschen lieben kann und so weiter und so fort. Es geht um unsere Ermahnung, es geht darum, dass wir besser verstehen sollen, wie wir zu leben haben. Und in dem Zusammenhang geht es auch darum, dass wir uns hüten müssen natürlich, wenn wir die Wahrheit erkannt haben, dann die Wahrheit nicht zu befolgen. Schauen Sie, Gott gibt uns Erkenntnis, aber er gibt uns Erkenntnis in dem Maße, wie wir die Erkenntnis in unserem Leben anwenden. Wenn Gott uns etwas schenkt, Erkenntnis schenkt, aber wir weigern uns, diese Erkenntnis in die Tat umzusetzen, dann wird Gott aufhören, uns Erkenntnis zu geben. Und nicht nur das. Dann wird das, was wir erlangt haben, in sehr vielfältiger Weise wieder von uns genommen werden, weil wir uns daran auch gar nicht mehr dann orientieren wollen. Wir haben keine Interesse mehr daran. Nun, als Vorrede dies. Schauen wir uns nun einmal das erste Beispiel an. Und zwar schlagen wir bitte 2. Chronik, Kapitel 14 auf. 2. Chronik, Kapitel 14. Und ich lese heute ausschließlich aus der Neuen Lutherbibel 2009. In 2. Chronik 14 lesen wir über Asa. Nun, Asa war ein Sohn von einem anderen König. Da wurde nicht allzu viel über den gesagt, ob er jetzt gerecht war oder nicht gerecht war. In vielen Fällen ist es so, dass die Bibel lediglich einen Bericht abgibt. Und es obliegt dem Leser dann zu entscheiden, aufgrund seiner Erkenntnis, der Erkenntnis der Weisheit Gottes, ob das nun richtig war oder falsch war, was der Mensch getan hat. Aber manchmal geht es auch so, dass die Bibel schon etwas dazu sagt. Und hier in 2. Chronik, Kapitel 14, fangen wir an zu lesen. Angefangen in Vers 1. Und Asa tat, was gut und recht war, in den Augen des Herrn, seines Gottes. Also viel wird hier gesagt. Er tat, was gut und recht war. Und es war Gott, der sein Gott war. Und so lesen wir weiter, Vers 2. Und hier wird berichtet, was er tat. Und er beseitigte die Fremdenaltäne und die Höhen, zerbrach die Säulen, hieb die Aschera-Bilder ab. Aschera-Bilder eine Bezugnahme auf die Göttin Aschera, Astarte Ostara. Heute wird sie unter dem Namen Ostern gefeiert, in vielen auch christlichen Ländern. Aber der Asa verstand, das war nicht richtig. Und er hieb diese Aschera-Bilder ab und ließ Judah sagen, Vers 3, dass sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, suchten und nach dem Gesetz und Gebot handelten. Also er verstand schon, dass alles das, was hier an Götzendienst stattfand, in keinster Weise, dem Gesetz und dem Gebot Gottes entsprach. Das hatte auch gar nichts mit dem wahren Gott zu tun. Nun, das bedeutet nicht heute, dass wir jetzt hingehen sollen und alle Götzenbilder, die wir so sehen, abhauen. Dazu haben wir heute nicht die Verantwortung. Aber wenn Gott zurückkommt, wenn Jesus Christus zurückkommt, dann wird das in der Tat geschehen. Dann wird dieser Götzendienst aufhören. Lesen wir weiter in Vers 4. Und er beseitigt aus allen Städten Judas die Höhen und die Sonnensäulen. Schauen Sie, die Sonnensäulen. Damals wurden Sonnengötter angebetet. Heute vielleicht auch, wenn man sich das überlegt. Der Sonntag ist der Tag der Sonne, der Tag des Sonnengottes, der einem Sonnengott geweiht war. Heute erhalten wahre Christen den Sabbat. Die Zeitspanne von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang. Der Sonntag war niemals ein heiliger Tag in Gottes Augen. Er war ein Tag, der lediglich der erste Tag der Woche ist und immer auch sein wird. Aber in keinster Weise ein heiliger Tag. Und so sehen wir hier, dass er die Sonnensäulen abschaffte, denn das Königreich war ruhig unter ihm. Gott honorierte dies. Er tat das Richtige. Und so gab Gott ihm Frieden und dem Haus Judah Frieden. Vers 5 Und er baute feste Städte in Judah, weil das Land in diesen Jahren ruhig und kein Kampf gegen ihn war. Denn der Herr gab ihm Ruhe. Schauen Sie, wenn wir heute Frieden haben, dann deshalb, weil Gott uns Ruhe gibt. Weil Gott uns Frieden gibt. Wenn wir heute Krieg um uns herum haben, ob das jetzt individuell der Fall ist oder ob das jetzt im Hinblick auf unsere Nation der Fall ist, unser Volk, und wir reden ja hier heute sehr viel wieder von Krieg, dann deshalb, weil Gott nicht uns diese Ruhe gibt, den Frieden gibt. Und wir sollten uns fragen, warum? Wir lesen weiter. Vers 6 Und er sagte zu Judah, Lasst uns diese Städte bauen und sie mit Mauern und Türmen, Türen und Regeln umgeben, weil das Land noch offen vor uns ist. Denn wir haben den Herrn, unseren Gott, gesucht und er hat uns Ruhe gegeben umher. Und so bauten sie. Und es ging glücklich vonstatten. Wir müssen Gott suchen, den wahren Gott, der Bibel. Und wir haben viele Broschüren veröffentlicht und auch viele Predigten gegeben, die ihnen zeigen, wer und was der wahre Gott der Bibel ist. Und den müssen sie suchen. Und wussten sie, dass Gott keineswegs eine Dreieinigkeit ist? Wussten sie, dass die Idee, dass Gott aus Vater, Sohn und Heiliger Geist besteht und dass das alles eins sein soll, eine total auch wiederum falsche, aus dem Heidentum übernommene Irrlehre ist? Gott ist eine Familie, aber er besteht aus Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Sohn. Der Heilige Geist ist die Kraft, die sowohl von dem Vater als auch von dem Sohn ausgeht, aber keine eigenständige Persönlichkeit. Und so lesen wir weiter in Vers 7. Also hatte eine Heereskraft, 300.000 aus Judah, die Schilde und Speer trugen und 280.000 aus Benjamin, die Schilde trugen und mit ihrem Bogen schießen konnten. Diese alle waren stark erhält. Und wir müssen eines verstehen hier. Damals lebten die Menschen unter den Bedingungen des alten Bundes. Und es war so, natürlich, der alte Bund bestand aus und beinhaltete die zehn Gebote, die Rechtsvorschriften, die Satzungen, die die zehn Gebote näher erklären. Aber er beinhaltete eben auch Ritualgesetze und andere Gesetze. Und der Mensch hatte von sich aus sich entschieden, Krieg zu führen. Das war niemals Gottes Absicht gewesen. Und der Christ heute, der wahre Christ heute, wird sich niemals an den Kriegen dieser Menschheit heute beteiligen. Aber das war damals eben anders. Und die Menschen hatten das Verständnis auch noch nicht von Gott erhalten, jedenfalls einige nicht, dass Krieg führen falsch war. Und so hatte dieser König auch eine Kriegsmacht. Aber wir werden sehen später auch, wie das ihm oder anderen auch zum Verhängnis wurde. Das Acht. Es zog aber Serach, der Kushiter, gegen sie aus mit einer Heereskraft von einer Million, dazu 300 Wagen und sie kamen bis nach Marescha. Und Asa zog aus ihm entgegen und sie rüsteten sich zum Kampf im Tal Zephata bei Marescha. Aber hier trotz alledem, obwohl jetzt Asa mit seiner Heeresmacht auszog, tat er das Richtige. In Vers 10. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott an. Herr, es ist bei dir kein Unterschied, zu helfen, unter vielen oder wo keine Kraft ist. Hilf uns, Herr unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich. Und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge gekommen. Herr unser Gott, gegen dich vermag kein Mensch etwas. Eine sehr wichtige Erkenntnis hier. Wenn wir von Feinden bedroht sind, auf wen blicken wir? Blicken wir auf Menschen, die uns vielleicht helfen können? Oder blicken wir auf Gott? Und verlassen wir uns auf Gott? Und beten wir zu Gott und bitten wir Gott, dass er uns hilft und dass er sich unserer Feinde annimmt? Das war genau das, was hier der Asa tat. 11, Vers 11. Und der Herr schlug die Kuschiter von Asa oder vor Asa und vor Judah, sodass sie flohen. Und die Asa sagte ihnen nach mit dem Volk, das bei ihm war, bis nach Gerar. Und die Kuschiter fielen, sodass keiner von ihnen lebendig blieb, sondern sie wurden vor dem Herrn und vor seinem Heereslager geschlagen. Nun, auch das wiederum, wir müssen das im Zusammenhang, im zeitlichen Zusammenhang verstehen. Heute wäre das natürlich total falsch, von Christen so zu handeln. Aber damals verstanden sie es nicht besser. Aber es war gleichwohl das Vertrauen zu Gott, das sie befähigte und ermutigte und ermunterte, in dieser Weise vorzugehen. Zunächst einmal ging alles recht gut für den Asa. Und er hatte, so wie er es verstand, auch auf richtige Weise gehandelt, indem er zum Beispiel den Götzendienst abschaffte. Und jetzt tut er etwas mehr. In Kapitel 15, Vers 1. Und auf Asaria, den Sohn Obeds, kam der Geist Gottes. Jetzt wurde dieser Asaria inspiriert, durch Gott etwas zu verkünden. Und er ging hinaus, Asa entgegen, Vers 2, und sagte zu ihm, Hört mir zu, Asa und ganz Judah und Benjamin. Das Haus Judah bestand dann aus den Juden, den Benjaminitern und den Leviten. Der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Schaut, auch das sehr wichtig zu begreifen. Solange wir mit Gott sind, solange wir uns Gott untertan machen, solange wir dem befolgen, was Gott uns sagt, wird Gott mit uns sein. Der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn Gott sich ihnen offenbart, wenn Gott sich ihnen zeigt und ihnen auch den Willen gibt, das Verständnis gibt, den Wunsch gibt, ihn zu suchen, dann wird er sich von ihm finden oder wird er sich finden lassen von ihnen. Werdet ihr aber ihn verlassen, sagt er hier, so wird er euch auch verlassen. Auch das ist wichtig. Schauen Sie, hier wird das schon angedeutet. Jemand, der gerecht lebt, jemand, der richtige Dinge tut, solange er sich auf Gott hin orientiert, wird Gott mit ihm sein. Wenn er aber dann auch für das Richtige zu tun, wenn er dann beginnt, Gott zu verlassen, dann wird Gott ihn auch verlassen. Das ist damals der Fall gewesen, das ist heute der Fall. So lesen wir viele Tage Vers 3, war Israel ohne wahren Gott. Nun, die hatten zwar Götter, Götzen, aber es waren nicht die wahren Götter. Es war nicht der wahre Gott. Und so ist es heute leider auch der Fall. Viele heute, auch im traditionellen Christentum, beten einen Gott an, wie ich sagte, die Dreieinigkeit. Sie beten auch Christus an, der aber angeblich gekommen ist, um das Gesetz Gottes abzuschaffen. Sie beten einen falschen Gott an, einen falschen Vater, einen grausamen Vater des Alten Testamentes angeblich. Und jetzt kam Christus, um die grausamen Gesetze des Vaters abzuschaffen. Es war Jesus Christus, der der Gott des Alten Testamentes war. Derselbe, der derjenige war, der im Neuen Testament erschien. Nein, Christus kam keineswegs, die Gesetze Gottes abzuschaffen. Er hat sie verkündigt. Es war derjenige, er war derjenige, der damals den Israeliten unter Mose die zehn Gebote verkündigte. Nun, es waren die Gebote, die von Gott dem Vater kamen, natürlich. Aber er verkündigte sie, denn er war der Sprecher, derjenige, der dies zur Aussage brachte. Und er war keineswegs der Jesus Christus, für den ihn heute viele halten. Und von daher beten sie auch nicht den wahren Jesus Christus an. Und sie beten nicht den wahren Gott, den Vater an. Und natürlich beten sie fälschlicherweise auch nur den Heiligen Geist an, der in keinster Weise Gott ist. Und so lesen wir. Viele Tage war Israel ohne den wahren Gott. Ohne Priester, der lehrt. Und ohne Gesetz. Heute gibt es nur sehr wenige wahre Prediger, die den wahren Gott verkünden, die das wahre Gesetz Gottes verkünden. Ich bekomme Zuschriften und Anmerkungen von Menschen, die sagen, ja, was sie da lehren, das lehrt sonst niemand. Von daher müssen sie ja falsch liegen. Die Verwirrung ist groß. Sehr groß. Die Frage ist, erkennen sie die Wahrheit? Oder folgen sie auch den falschen Irrlehrern, die ihnen sagen, sie brauchten das Gesetz Gottes nicht mehr zu halten. Sie können einen Gott anbeten, wie sie wollen. Solange wir sie irgendwie einen Gott anbeten, reicht das, um in den Himmel einzugehen, das Reich Gottes einzunehmen, was immer da diese Irrlehre sein mag. Die waren viele Tage ohne den wahren Priester, der lehrt. Die waren ohne das Gesetz. Die hatten das gar nicht mehr gehört. Als sie sich aber in ihrer Not zum Herrn im Gott Israels bekehrten, Vers 4, und ihn suchten, hat er sich finden lassen. Man muss sich zu Gott bekehren. Vielfach geschieht das, wenn man in Not ist. Dann erkennt man, wie notwendig es ist, sich an Gott zu wenden. Zu der Zeit, Vers 5, gab es keinen Frieden für den, der aus und einging, denn es waren große Unruhen über allen, die auf Erden wohnen. Schauen Sie auch hier wiederum, wenn man sich dem wahren Gott Gottes oder dem wahren Gott, dem wahren Gott Israels, dem wahren Gott für uns heute, nicht unterstellt, wird man keinen Frieden haben. Es gab viele große Unruhen auf Erden. Vers 6, ein Volk stieß sich am anderen, eine Stadt an der anderen, denn Gott erschreckte sie mit allerlei Angst. Nun, Gott hat es vielfach zugelassen, denn sie suchten den wahren Gott ja nicht. Und so hat er zugelassen, dass sie in Angst lebten, dass sie in Unfrieden lebten, weil sie eben keinerlei Beziehung hatten zu dem wahren Gott. Vers 7, Ihr aber seid getrost und tut eure Hände nicht ab, denn euer Werk hat seinen Lohn. Auch das ist wichtig zu begreifen. Euer Werk hat seinen Lohn. Was wir heute tun im Dienste Gottes, wenn wir es auf richtige Weise tun, wenn wir das Richtige tun, werden wir belohnt werden. Jesus Christus wird kommen, uns den Lohn zu geben, uns zu bewerten, zu beurteilen nach dem, wie wir gelebt haben. Nun, das ewige Leben ist ein Geschenk Gottes, das uns aus Gnade gegeben wird. Aber der Lohn, der uns gegeben wird, bemisst sich nach unseren Werken. Und so lesen wir hier, euer Werk hat seinen Lohn. Vers 8, Als er diese Worte und die Weissagungen Obeds des Propheten hörte, wurde er getrost. Und das sollten wir auch, wenn Gott uns durch seine Predigerschaft Trost vermittelt, Ermutigung gibt, dann sollten wir das auch annehmen und akzeptieren und nicht die ablehnen und sagen, nee, aber der versteht ja gar nicht, wie es bei mir aussieht. Nein, er wurde getrost. Und er tat aber auch etwas, nachdem er diese Worte gehört hatte und beseitigte die Gräuel aus dem ganzen Lande Judah und Benjamin und aus den Städten, die er auf dem Gebirge Ephraim erobert hatte, erneuerte den Atal des Herrn, der vor der Halle des Herrn stand. Das Neue. Und versammelte das ganze Judah und Benjamin und die Fremden bei ihnen aus Ephraim, Manasseh und Simeon. Einige aus dem Hause Israel hatten sich nämlich dem Hause Judah angeschlossen damals, als der König das Haus Israel begann, total den Götzendienst dort einzuführen. Denn sie liefen in Menge aus Israel zu ihm über, als sie sahen, dass der Herr sein Gott mit ihm war. Nun, wenn sie sehen, dass Gott mit uns ist, sagen wir einmal, kommen sie dann auch zu uns oder bleiben sie lieber in ihrer Gemeinde, in der sie sein mögen, wo sie Falsches gelehrt bekommen und nach wie vor Falsches dann auch tun. Sie versammelten sich nach Jerusalem im dritten Monat des 15. Jahres des Königtums Asas. Vers 11. Und dann opferten sie an diesem Tag dem Herrn von der Beute, die sie gebracht hatten. Nun, das war damals das Opfergesetz. Das ist richtig. Das gab es damals. Das ist heute für uns abgeschafft. Christus kam, um das Opfergesetz abzuschaffen, denn er war das Opfer. Er war das Passalam, das für uns geschlachtet wurde, sodass es keinerlei Notwendigkeit mehr besteht, wie heute Opfer zu erbringen. Aber das war damals ja noch nicht der Fall. Und so opferten sie von der Beute, die sie gebracht hatten, 700 Ochsen, 7000 Schafe. Und sie traten in den Bund, um den Herrn, den Gott ihrer Väter, von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu suchen. Sie erneuerten die Bedingungen des alten Bundes. Sie traten jetzt wieder in diesen alten Bund ein, den sie verlassen hatten. Wiederum, wie ich sagte, der alte Bund eine Verpflichtung, eine Vertragsschließung. Der alte Bund ist nicht das Gesetz. Der alte Bund wird aufgrund von Gesetzen geschlossen. In diesem Falle war es ein Bund, der aufgrund von sowohl moralischen, geistlich unwandelbaren Gesetzen geschlossen wurde, aber auch eben aufgrund von Ritualgesetzen, Opfergesetzen und so weiter. Und wer nicht den Herrn, den Gott Israel suchen würde, sollte sterben. Klein und groß, Mann und Frau. Nun schauen Sie, das war damals so. Heute ist es in geistlicher Hinsicht zu verstehen. Wenn wir den wahren Gott Israels, wir sind ja heute geistliche Israeliten oder sollen es werden, wenn wir wahre Christen sind. Wenn wir den wahren Gott nicht suchen, dann werden wir letztendlich sterben, weil wir nach wie vor in Sünde leben, weil wir die Sünde nicht bereuen und vergeben bekommen. Der Sünde soll, das ist der Tod. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Immer und immer wieder hören wir dies. Im Alten, so wurde es auch im Neuen Testament. Nun, der Mensch hat keine unsterbliche Seele und derjenige, der stirbt, der in Sünden stirbt, wird auch nicht in die Hölle eingehen, eine ewig brennende Folterkammer. Aber es geht auch nicht darum, dass dann auf einmal die Seele aufhört zu existieren in dem Sinne, dass sie vergeht. Nein, was geschehen wird, die Seele ist in der Tat natürlich der Mensch. Und wenn der Mensch stirbt, stirbt die Seele. Aber der Mensch hat auch einen Geist im Menschen und der Geist im Menschen geht zurück zu Gott, wenn der Mensch stirbt. Und es ist dieser Geist im Menschen, den Gott benutzen wird, letztlich um einen neuen Körper zu erschaffen. Entweder einen geistlichen Körper, einen geistigen Körper oder einen physischen Körper. Wenn wir in der ersten Auferstehung hochkommen, werden wir einen geistigen Körper haben. Wenn wir in der zweiten Auferstehung hochkommen oder auch in der dritten einen physischen Körper. Die dritte Auferstehung bezieht sich auf diejenigen, die die unvergebbare Sünde begangen haben. Die werden auch noch einmal hochkommen und werden dann vernichtet werden, verbrannt werden im Feuersee, in dem feurigen Fuhl. So sieht das aus im Hinblick auf das, was die Bibel lehrt. Aber wir lesen, derjenige, der Gott nicht suchen würde, würde letztendlich sterben. Vers 14. Und sie schworen dem Herrn mit lauter Stimme, mit Freuden Geschrei, mit Trompeten und Besaunen. Und ganz Judah war fröhlich über dem Eid, denn sie hatten von ganzem Herzen geschworen. Und wenn sie sich zum Beispiel jetzt taufen lassen, wenn sie bereit sind, sich taufen zu lassen. Einige, die wollen sich taufen lassen, die haben gar keine Ahnung, was überhaupt die Taufe bedeutet. Taufe zunächst einmal bedeutet, sie bereuen ihre Sünden. Also wir müssen zunächst einmal begreifen, was Sünde ist. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Wenn sie sich taufen lassen, ohne überhaupt das Gesetz zu kennen, dann können sie es auch nicht bereut haben und dann können sie natürlich auch nicht auf richtige Weise getauft werden. Und dann ist die Taufe ein Symbol für den Glauben an Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Sein Opfer bringt uns die Vergebung der Sünde. Sie verstehen, dass das Opfer notwendig ist, erforderlich ist, ausreichend ist zur Vergebung ihrer Sünde. Sie bekommen die Vergebung, weil sie die Sünde bereut haben. Und dann erhalten sie bei der Taufe nach Handauflegung durch einen wahren Diener Gottes den Heiligen Geist, wenn man zu dem Vater bittet und betet und ihn bittet, den Heiligen Geist zu geben. Und dann treten sie in diesen Bund ein, in dieser Verpflichtung, von jetzt an Gott gehorsam zu sein, das Beste zu tun, was sie können. Und mit der Hilfe Gottes durch den Heiligen Geist in ihnen wird es ihnen immer und immer mehr möglich sein, es zu tun. Von ganzem Herzen treten sie in diesen Bund ein. Das ist jetzt der neue Bund. Sie werden heute mit der Taufe unter die Bedingungen des neuen Bundes gebracht. Aber wenn sie es nicht von ganzem Herzen tun, wenn sie meinen, sie könnten nach wie vor ihren alten Lebensweg gehen, dann haben sie nicht wirklich bereut. Und dann war die Taufe ein kostenloses Wasser, aber das ist alles das, was es war. Und so lesen wir hier, sie hatten von ganzem Herzen geschworen und sie suchten ihn mit ganzem Willen und er ließ sich von ihnen finden und der Herr gab ihnen Ruhe umher. Auch setzte Aser der König seine Mutter Macha ab, sodass sie nicht mehr Herrin war, weil sie der Aschera ein Gräuelbild gestiftet hatte. Schauen Sie, er hatte sogar in ganzer Weise ein falsches Verständnis im Hinblick auf seine Eltern. Christus sagt uns, wenn wir Frau und Mutter mehr lieben als ihn, dann sind wir seiner nicht wert. Nun, wenn wir Bruder, Schwester, Frau, Mann und so weiter mehr lieben als ihn. Wenn wir unser eigenes Leben mehr lieben als ihn, dann sind wir seiner nicht wert. Das bedeutet, wenn es um Situationen geht, wo man sich entscheiden muss, entweder wir folgen Gott oder wir folgen einem Menschen, müssen wir uns immer für Gott entscheiden. Nun, die Mutter hatte nach wie vor Götzendienst betrieben und so hat Aser sich jetzt dazu entschlossen, entschließen müssen, sie nicht mehr als, wie es hier heißt, Königin zu akzeptieren, denn sie lebte in einer falschen Weise und sie verführte das Volk auch in einer falschen Weise. Er hat nicht gesagt, ja, das ist doch meine Mutter, da kann ich ja nichts tun, die muss ich nach wie vor gewähren lassen, nein, keineswegs. Er verstand, in seiner Weise verstand er, dass man Gott mehr lieben muss und ihm mehr gehorchen muss als jede Menschen, wenn es eine Konfliktsituation ist. und er fährt fort hier, er rottet ihr Gräuelbild aus und zerstieß es und verbrannte es am Bach Kidron. Vers 17, das ist ja ein Problem. Er hat ganz gut angefangen, aber hier gibt es ein Problem. Aber die Höhlen in Israel wurden nicht abgetan. Das hätte er auch tun müssen, tun sollen, unter den damaligen Voraussetzungen. Gleichwohl heißt es doch, war das Herz Asers recht schaffen, sein Leben lang. bis zum Schluss. Aber dann würde etwas geschehen. Aber wir sehen hier auch bereits schon ein gewisses Problem. Sein Herz war recht schaffen, aber er führte nicht konsequent durch, was er hätte durchführen sollen. Und auch das ist etwas, was wir uns heute vergegenwärtigen müssen. Haben wir auch dieses Problem, dass wir auf der einen Seite zwar ein rechtschaffenes Herz haben, wir wollen das Richtige tun, aber dann hält uns doch etwas zurück. Zum Beispiel mit dem Sabbat. Ja, wir wollen ja den Sabbat halten, aber vielleicht gibt es da gewisse Probleme. Oder wir wollen ja Gott untertan sein, im Hinblick auf, sagen wir einmal, die heiligen Festtage, aber vielleicht braucht man die ja heute gar nicht mehr halten. Oder Schweinefleisch, naja, hin und wieder kann man es doch noch essen. Oder Zehnten, naja, okay, ich habe ja Probleme hier, kann ich doch den Zehnten nicht so zahlen. Wir wollen es zwar, unser Herz mag recht schaffen, sein, aber führen wir auch mit letzter Konsequenz aus, mit letzter Konsequenz, was wir tun sollten. Vers 18. Und er brachte ein ins Haus Gottes, was sein Vater geheiligt und was er geheiligt hatte, Silber, Gold und Gefäße. Und es war kein Krieg bis an das 35. Jahr des Königtums Asas. Für 35 Jahre lang hatte er im Großen und Ganzen das Richtige getan, so wie es im Alten Testament verstanden wurde. Für 35 Jahre hatte er Frieden, gab es keinen Krieg, nachdem dieser erste Krieg da beschrieben worden war. Und dann, was geschah dann? Haben wir für 35 Jahre lang Ruhe, weil wir für 35 Jahre lang in der Wahrheit gelebt haben, sagen wir einmal. Einige haben das getan. Und dann geschieht was. Und wie ist die Reaktion? Kapitel 16, Vers 1. Im 36. Jahr des Königtums Asas zog Bascha, der König Israels, gegen Judah herauf. Also, da gab es Kriege zwischen dem Haus Israel und dem Haus Judah. Die meisten verstehen heute gar nicht, dass es zwei verschiedene Königreiche waren. Das Haus Israel und das Haus Judah. Und die haben sich auch zu ihren Lebzeiten niemals vereint. Und das Haus Israel wurde später in die Gefangenschaft geführt, durch die Assyrer. Und ist niemals zurückgekommen ins gelobte Land. Das Haus Judah wurde dann von den Babyloniern gefangen genommen und die kehrten dann nachher zurück. Viele der Juden kehrten nachher ins gelobte Land zurück. Und da sind sie heute auch im Staat Israel. Aber schauen Sie, der Staat Israel besteht hauptsächlich aus den Juden, nicht aus Israeliten. Die ja gar keine Juden sind. Und die leben woanders heute. Man muss wissen, wo die leben. Es gibt viele Prophezeiungen über das Haus Israel in der Endzeit. Aber es ist eben nicht das Haus Judah. Es sind eben nicht die Juden. Aber hier sehen wir einen Krieg zwischen dem Haus Israel und dem Haus Judah. Der König von Israel, der Bascha, der ging gegen Judah vor und er baute Rama, um Asa, den König Judas, Einzug und Auszug zu verwehren. Vers 2 Aber Asa nahm aus dem Schatz im Hause des Herrn großer, großer Fehler und im Hause des Königs Silber und Gold und sandte zu Benhadad, dem König von Aram, Syrien, der in Damaskus wohnte und ließ ihm sagen, Es ist ein Bund zwischen mir und dir, zwischen meinem und deinem Vater. Darum habe ich dir Silber und Gold gesandt, damit du den Bund mit Bascha, den König Israels, fahren lässt, damit er von mir abzieht. Also scheinbar war es da eine Vereinbarung zwischen dem König von Israel und dem König von Syrien gegen das Haus Judah. Und jetzt wollte der Asa eine Verbindung herstellen zwischen Judah und Syrien gegen Israel. Interessant, wie sich diese Konfiguration irgendwie auch irgendwo ähneln, in der Neuzeit. Vers 4. Benhadad gehorchte den König Asa und sandte seine Heeresfürsten gegen die Städte Israels. Und sie schlugen Ion, Dan, Abel, Mayim und alle Kornstädte Naftalis. Als Bascha das hörte, da ließ er ab, Rama zu bauen und hörte auf mit seinem Werk. Aber der König Asa nahm das ganze Judah zu sich und sie trugen die Steine und das Holz von Rama weg, womit Bascha gebaut hatte und baute damit Geba und Mizba. So, die hatten also scheinbar jetzt Frieden erhalten, dadurch, dass der König von Syrien gegen den König von Israel kämpfte. Aber das war ein Problem. Und so lesen wir in Vers 7. Und zu der Zeit kam Hanani der Seher zu Asa, dem König von Judah und sagte zu ihm, weil du dich auf den König von Syrien verlassen hast und dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, verlassen hast, darum ist das Heer des Königs von Syrien deiner Hand entkommen. Sonst wäre es so gewesen, dass da auch eine andere Situation sich entwickelt hätte. Waren nicht Vers 8 die Kushiter und die Lybier eine große Menge mit sehr vielen Wagen und Reitern und doch gab sie der Herr in deine Hand, als du dich auf ihn verließest. Mit anderen Worten, damals, wie ich sagte, wurden ja Kriege geführt und Gott hatte denen noch nicht offenbart, so richtig, oder sie hatten diese Offenbarung noch nicht akzeptiert, dass es falsch war für Menschen, Kriege zu führen. Aber gleichwohl war Gott mit ihnen, ihr Herz war in Ordnung, David hat sein ganzes Leben lang nicht begriffen bis zum Schluss seines Lebens, dass es falsch war, Krieg zu führen und Gott hat schon ihn gebraucht, um seine Kriege, die Kriege Gottes, auf richtige Weise zu führen und zu beenden. Aber hier sagt er, man muss sich aber auf Gott verlassen. Nun heute, in unserer heutigen Zeit, wo die Menschen nichts von Gott wissen, die meisten jedenfalls, führen sie Kriege. Nun wenn sie sich wenigstens auf Gott verlassen würden, auf den wahren Gott, würde die Situation auch anders sein, dann bräuchten sie auch gar keinen Krieg zu führen, wenn sie das verstehen würden. Aber das tun sie ja heute nicht, sie verlassen sich auf ihre Heeresmacht, sie verlassen sich auf andere Nationen, andere Länder, auf ihre Freunde, auf Alliierten und damit ist alles zum Untergang verurteilt. Das wird nie gelingen. Deshalb wird es zu der großen Trübser kommen, von der Jesus Christus spricht, einer Zeit weltweiten Krieges, atomaren, nuklearen Krieges, Kriegen, die mit chemischen Waffen, mit biologischen Waffen geführt werden. Es würde zur Ausrottung der Menschheit kommen, wenn Christus nicht eingreifen würde, weil diese Tage verkürzt würden, um die Menschheit vor ihrem Untergang zu retten. Und so lesen wir hier in Vers 9. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ist das unser Herz? Ist unser Herz ungeteilt auf Gott gerichtet? Blicken wir auf Gott in jeder Situation und haben wir das Vertrauen, dass er uns hilft? Auch wenn wir, sagen wir mal, vor Prüfungen stehen. Haben wir das Vertrauen zu Gott, dass er uns hilft? Oder meinen wir, ach, wir schaffen das doch nicht? Gehe ich das gar nicht in diese Prüfung hinein? Nein, ich meine, so läuft das ja nicht. Wir müssen ungeteilt auf Gott vertrauen. Die Augen des Herrn, auch eine symbolische Bezeichnung für Engelwesen. Gott hat seine Engelwesen ausgesandt, die durchlaufen die ganze Erde, um zu sehen, wer wirklich ungeteilt auf Gott blickt. In vielen Fällen werden Engel mit den Augen des Herrn verglichen. Sie werden natürlich auch mit anderen Symbolen verglichen und sie werden auch beschrieben. In vielen Fällen werden Engel, wenn sie sich manifestieren würden, beschrieben als solche, die wie Tiere aussehen. Denn besser gesagt, Engel existierten hier zuvor, viele Tiere sind den Engeln nachgebildet. Einige sehen auch aus wie eine Kombination von Tier- und Mensch-Charakteristika. Wir haben eine Broschüre veröffentlicht über Engel, Dämonen und die geistige Welt, die das alles näher beschreibt. Also hier die Augen des Herrn, man könnte auch sagen, die Engel des Herrn, die durchlaufende ganze Erde, um die zu stärken, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Du hast töricht gehandelt. Darum wirst du auch von nun an Kriege haben. Schauen Sie, die gleiche Prophezeiung, die damals dem David gegenüber erging, weil er sehr, sehr töricht gehandelt hatte, mit dem Ehebruch und dann mit dem Mord an dem Uriah. Und der Seher kam zu ihm und sagte, weil du das getan hast, wirst du Kriege haben. Wird das Schwert von deinem Hause nicht weichen. Und hier die gleiche Situation. Wenn wir uns gegen Gott stellen, wenn wir den Glauben an Gott verlieren, weil wir uns nicht auf Gott verlassen wollen, uns lieber auf Menschen verlassen wollen, wird es Unfrieden in unserem Leben geben. Und so lesen wir Azar oder zunächst einmal, was wäre jetzt Ihre Reaktion? Jetzt haben Sie etwas Falsches getan. Jetzt kommt jemand zu Ihnen, egal wer das jetzt ist, und sagt Ihnen und zeigt Ihnen, dass Sie etwas Falsches getan haben. Dass Sie dadurch Gott verlassen haben. Dass Sie sich bekehren sollen. Dass Sie darüber nachsinnen sollen, was Sie getan haben. Wie ist Ihre Reaktion? Akzeptieren Sie das? Erkennen Sie das an? Sagen Sie, ja, du hast ja auch recht, ich habe das ja auch falsch gemacht. Das wäre die richtige Reaktion in den meisten Fällen, und das ist das, worauf es mir jetzt heute ankommt, in den meisten Fällen reagieren wir falsch. Der Azar reagierte falsch, total falsch. Vers 10, Azar wurde zornig über den Seher. Der wollte das nicht hören. Wie, was, was ist denn der, der das jetzt sagt? Ich habe falsch gehandelt, ich, der König? Der wurde zornig. Und er legte ihn ins Gefängnis. Also nicht nur wurde er zornig, sondern er tat auch absolut etwas Schlimmes. Er legte ihn ins Gefängnis, denn er war deswegen zornig über ihn. Und Azar, jetzt geht es weiter. Jetzt hat er nicht nur zunächst einmal sich gegen den Seher gestellt, der von Gott gesandt worden war. Jetzt war er so zornig, er wurde jetzt so böse in seinem Herzen. Er unterdrückte zu der Zeit einige vom Volk. Sein Zorn richtete sich jetzt nicht nur gegen den Seher, der richtete sich jetzt gegen das Volk. Steht nichts davon drin, dass das Volk in irgendeiner Form sogar dem Seher zugestimmt hätte. Aber der war jetzt so zornig geworden, dass er irrsinnige Taten tat. Er entfernte sich mehr und mehr von Gott. nach dieser langen Zeit der Bewährung, nach dieser langen Zeit, wo er mehr oder weniger gerecht gelebt hatte, entfernte er sich jetzt von Gott. Und jetzt prüft ihn Gott noch weiter. Schauen Sie, Gott versucht uns nicht. Gott kann uns nicht versuchen. Und wenn wir versucht werden, sollen wir nicht sagen, wir sind von Gott versucht, sondern wir werden entweder auf unserer eigenen menschlichen Begierden und Gelüste versucht oder Satan versucht uns. Die Versuchung ist, damit man sündigt. Die Prüfung ist, damit man nicht sündigt. Gott prüfte jetzt den Asa, um ihm zu zeigen, wie falsch er jetzt lag, damit er sich bekehrte. Aber, wir lesen weiter, in Vers 11, zunächst einmal die Geschichten Asas, vom Anfang bis zum Ende, siehe, die sind geschrieben im Buch des Königs Judas und Israels, Vers 12. und im 39. Jahr seines Königtums, also im 36. Jahr hatte er diesen Krieg geführt, mit anderen Worten, hat er sich mit dem König von Syrien verbunden, aber im 39. Jahr, ein bisschen später, da wurde Asa krank, an seinen Füßen und seine Krankheit nahm sehr zu. Jetzt hätte er sich wirklich besinnen sollen. Warum geschieht mir das jetzt? Nachdem ich zunächst einmal zornig wurde, habe den Seher ins Gefängnis gebracht, habe das Volk unterdrückt und jetzt werde ich krank. Eine weitere Prüfung, eine weitere Gelegenheit für Asa sich zu besinnen, aber es heißt, und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Zunächst einmal hat er sich auf den König von Syrien verlassen und nicht auf Gott und jetzt wird er sehr krank und er hätte jetzt Gott suchen sollen, ihn um Heilung bitten sollen, aber er hat da gar keine Notwendigkeit dabei gesehen. Nein, er wendet sich an die Ärzte und natürlich, wenn Gott zulässt, dass man krank wird und dies einer Prüfung gleich kommt, dann werden einem Ärzte auch nicht helfen können. Aber hier schauen Sie, wenn wir krank werden, wir haben die Möglichkeit, uns an Gott zu wenden. Nun, ich sage nicht, dass man sich nicht auch an die Ärzte wenden sollt oder kann oder sogar sollte. Darum geht es mir jetzt nicht. Aber was ist unsere Priorität? Was ist in der ersten Linie unsere Verlässlichkeit? Worauf ist die gerichtet? Wem haben wir Vertrauen und Zuversicht und Glaube gegenüber entwickelt? Den Ärzten oder Gott? Schauen Sie, darauf kommt es an. Wenn wir krank sind, sollten wir uns zunächst einmal an Gott wenden und ihn um Heilung bitten. Nein, das tat der Ärzte aber nicht. Er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Und so legte sich also zu seinen Vätern und starb im 41. Jahr seines Königtums zwei Jahre später. Für zwei Jahre lang hätte er sich an Gott wenden können, hat er nicht getan. Er hat sich an die Ärzte gewandt, die ihm natürlich nicht helfen konnten. Und man begub ihn fast 14 in seinem Grab, das er sich in der Stadt Davids hatte, graben lassen. Und sie legten ihn auf sein Lager, das man mit gutem Räucherwerk und allerlei Gewürzen gefüllt hatte, bereitet nach der Kunst des Salbenmachers und sie machten ihm einen sehr großen Brand. Sie haben ihn wohl noch geehrt, nachdem er starb, aber letztlich war es so, dass er sein Leben beschloss, nicht als ein gerechter Mann, obwohl er so lange gerecht gelebt hatte. Nun, ich möchte jetzt weiter noch ein Beispiel mit Ihnen besprechen und wir werden dann in den nächsten Predigen noch mehr über diese sehr interessanten Könige, die im Buch Chronik beschrieben stehen, sprechen. Aber hier geht es mir jetzt um einen zweiten König, einen sehr interessanten, der nämlich sofort dem Asa folgte und wir lesen hier über ihn im zweiten Chronik im 17. Kapitel. Joschafat, Joschafat, König von Judah, der war der Sohn von dem Asa. Und sein Sohn Joschafat wurde König an seiner Stadt und wurde mächtig gegen Israel. Und er legte Kriegsvolk in alle festen Städten Judas und setzte Amtleute ein im Lande Judah in den Städten Ephraims, die sein Vater Asa gewonnen hatte. Vers 3. Und der Herr war mit Joschafat, denn er ging in den vorigen Wegen seines Vaters David und suchte nicht die Balim, die Götzen, die Sonnengötter, wie den Bal und die Aschera, Ostarte und so weiter und so fort. Die suchte er eben gerade nicht. Er hielt sich davon fern. Er suchte den wahren Gott und insoweit folgte er seinem Vorfahren David. Er suchte also nicht die Balim, Vers 4, sondern den Gott seines Vaters, denn Asa hatte auch bis zum Schluss zumindest den wahren Gott angebetet. Er hat ihn auch nicht irgendwo verleugnet, in dem Sinne, dass er jetzt Götzen angebetet hat, aber er hat ihn nicht mehr gesucht. Und so lesen wir in Vers 4, er suchte den Gott seines Vaters und lebte nach seinen Geboten und nicht nach den Werken Israels. Die hatten sich total von Gott abgewendet. Vers 5, und das ist für die heutige Zeit auch der Fall, das Haus Israel heute, wenn sie wissen, wo es ist, hat sich total abgewendet von dem wahren Gott. Und so lesen wir in Vers 5, und darum, weil er eben den wahren Gott suchte, bestätigte ihm der Herr das Königreich. Und ganz Judah gab Josaphat Geschenke, und er hatte Reichtum und Ehre in Menge. Vers 6, und als sein Herz in den Wegen des Herrn mutig wurde, es ist ein Prozess, man kann nicht sofort von einem Augenblick auf den anderen auf einmal ein gerechter Mensch werden ohne Sünde, nein, man hat einen Prozess hinter sich zu bringen. Allmählich wurde er mehr und mehr mutiger in der Befolgung der Gebote Gottes. Und als sein Herz in den Wegen des Herrn mutig wurde, da beseitigte er noch die Höhen und Aschera-Bilder aus Judah, diejenigen, die der Vater Aser nicht beseitigt hatte. Im dritten Jahr, Vers 7, seines Königtums sandte er seine Fürsten Ben-Halil, Obadja, und so weiter und so fort, dass sie die Einwürde der Städte Judas unterwiesen, und mit ihnen sandte er die Leviten, und die werden ja alle aufgeführt, Vers 8, und mit ihnen die Priester Elisama und Jura. Vers 9, und sie lehrten den Judah und hatten das Gesetzbuch des Herrn mit sich, zogen in allen Städten Judas umher und unterwiesen das Volk. Vers 10, und die Furcht des Herrn kam über alle Königreiche in den Ländern, die um Judah herum lagen, sodass sie nicht gegen Judscher fortkämpften. Wiederum die selbe Konstellation. Sie suchten Gott, sie waren jetzt begierig zu erfahren, wie leben wir nach Gottes Gesetzen, die Priester waren da, ihnen das mitzuteilen, Gott honorierte dies, es war Frieden im Lande. Kein Krieg gegen Judscherfatz. Vers 11, und die Philister brachten Judscherfatz Geschenke, und Vers 12, so nahm Judscherfatz an Bedeutung zu, wurde immer größer, er baute in Judah Burgen und Kornstädte, Vers 13, hatte viel Vorrat in den Städten, Judas und kriegstüchtige Männer und ausgewählte Kriegsleute in Jerusalem, und dann werden jetzt einige hier benannt. Vers 19, diese dienten alle dem König, außer denen, die der König noch in die festen Städte in ganz Judah belegt hatte. Lesen wir jetzt weiter in Kapitel 18 und Vers 1, denn hier kommt ein Problem auf. Ein wichtiges Problem, das wir begreifen müssen auch heute. Josaphat hatte große Reichtümer und Ehre und verschwägerte sich mit Ahab. Ahab, einer der Könige Israels, einer der schlimmsten Könige von Israel. Und der verschwägert sich jetzt mit dem, und scheinbar hat er jetzt eine Schwester von Ahab geheiratet. und er gab sich seine enge Familienbeziehung zwischen denen und das würde jetzt ihm zum Fallstrick werden. Vers 2, nach einigen Jahren zog er zu Ahab hinab nach Samaria, Samaria, die Hauptstadt des Hauses Israel. Und Ahab ließ für ihn und für das Volk, das bei ihm war, viele Schafe und Ochsen schlachten und er berätete ihn hinauf nach Ramoth in Gilead zu ziehen. Ahab, der König Israels, sagte zu Josaphat, den König Judas, ziehe mit mir nach Ramoth in Gilead und er sagte zu ihm, ich bin wie du und mein Volk wie dein Volk, wir wollen mit dir in den Kampf ziehen. Okay, der Josaphat hatte Ruhe, dabei stand überhaupt keine Notwendigkeit nicht zu tun, aber er hat sich jetzt mit diesem bösen König Ahab verbunden und schon kamen die schlimmen Konsequenzen auf. Vers 4, aber Josaphat sagt dem König Israels, er sagt, was er schon noch kapiert gehabt, er fragt doch heute das Wort des Herrn. Moment, wir wollen zusammen den Krieg ziehen, aber vielleicht sollten wir doch jemand mal Gott befragen, was er davon hält, was er dazu meint. Vers 5, und der König Israels versammelte 400 Mann von den Propheten und sagte zu ihnen, sollen wir nach Ramat in Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich es lassen? Und sie sagten, sieh'n auf, Gott wird sie in die Hand des Königs geben. Also es waren alles jetzt Propheten, die ihm total falsche Weisung gaben, wie heute viele, wie soll ich sagen, religiöse Führer, vielleicht den politischen Führern, total falsche Weisung geben. Josaphat aber sagte, ist nicht noch irgendein Prophet des Herrn hier, das wir durch ihn fragen? Und der König Israels sagte zu Josaphat, es ist noch ein Mann, durch den man den Herrn befragt, aber ich bin ihm Kram. Denn er weiß, sagt nichts Gutes über mich, sondern beständig Böses, nämlich Micha, der Sohn Jimlas. Josaphat sagte, der König rede nicht so. Und der König Israels rief einen seiner Kamer und sagte, bring schnell Micha, den Sohn Jimlas her. Er wollte ihn nicht befragen, denn er wusste bereits schon, was der ihm sagen würde und das passte ihm nicht. Manchmal ist es so, dass man den Herrn Link gar nicht befragen will, man weiß von vornherein, dass er einem etwas sagt, was man nicht hören will. Dann fragen wir lieber es gar nicht. Und der König Israels und Josaphat, der König Judas, Vers 9, die saßen jeder auf seinem Thron, mit ihren Gewändern angezogen. Und sie saßen auf dem Platz vor der Tür am Tor und von Samaria und alle Propheten weissagten vor ihnen. Und Zedekia, der Sohn Kenaans, machte sich eiserne Hörner, das ist also nicht der Zedekia, der später in der Bibel erwähnt wird als ein Gerechter, das ist ein anderer hier, der machte sich eiserne Hörner und sagte, so spricht der Herr, hiermit wirst du die Syrer stoßen, bis du sie aufreibst. Denken wir auch daran, dass ja nun zunächst einmal ein Bundesschluss bestanden hat zwischen Israel und Syrien, aber dann hatte ja Judah, der König Asa, sich mit den Syren gegen Israel verbunden. Hier wird es jetzt so, dass König Ahab und der König Josaphat, die beiden Israel und Jude, die wollten hier zusammen wieder gegen die Syrer in den Krieg ziehen. Also wie diese Konstellation sich wieder ändert. Und alle, Vers 11, alle Propheten weissagten auch so und sagten, zieh hinauf nach Ramo und Gilead, es wird dir gelingen, der Herr wird sie in die Hand des Königs geben. Der Bote, der hingegangen war, um Micha zu rufen, der Rede mit ihm und sagte, siehe, die Reden der Propheten sind einträchtig, gut für den König, lass doch dein Wort auch wie ihres sein und rede Gutes. Also da sagte jetzt der Micha, hey, sag mal was Gutes, über den nicht, mal das Schlimme, was du so sagst. Micha aber sagte, Vers 13, so war der Herr lebt, was mein Gott sagen wird, das will ich reden. Und das ist etwas, was wir alle, gerade auch Prediger in Gottes Kirche tun müssen. Wir müssen das reden, was Gott uns sagt und nicht das, was man so gerne hören möchte. Ach, allerdings, Sie sind zu zornig in Ihren Predigten, geben nicht uns genug Barmherzigkeit und so weiter und so fort. Ich lehre Ihnen das, was die Bibel lehrt. Und das passt Ihnen vielleicht nicht. Nun gut, dann verstehen Sie nicht, was die Bibel lehrt. Schauen Sie. Lesen wir weiter. Vers 14, Als er zum König kam, sagte der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramad in Gilead in Kampf ziehen? Oder soll ich es lassen? Er sagte, ja, zieht ihn auf. Es wird euch gelingen, es wird euch in eure Hände gegeben werden. Zunächst einmal hat er etwas gesagt, scheinbar, was ihm nicht von Gott angegeben war. Das war auch ein Problem. Er hätte da zunächst einmal das auch so nicht sagen sollen und dürfen. Okay? Auch die Propheten Gottes waren in keinster Weise fehlerlos. Aber der König sagte zu ihm, ich bespüre dich noch einmal, dass du mir nichts als die Wahrheit sagst im Namen des Herrn. Also der hatte schon verstanden, Moment mal, so war das nicht, so ist das nicht. Der will hier zunächst einmal mir vielleicht nicht unbedingt das sagen, was Gott ihm offenbart hat. Da sagte er, ich sei das ganze Israel zerstreut auf den Bergen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sagte, diese haben keinen Herrn. Jetzt kehre jeder wieder heim in Frieden. Und da sagte der König Israel zu Jorafat, sagte ich dir nicht? Er weiß, sagt über mich nichts Gutes, sondern Böses. In anderen Worten, hätte ich den gar nicht befragen sollen, wusste ich gleich, dass er mir etwas Böses sagte. Er aber sagte, darum hört das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und alles himmlische Heer stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sagte, wer will Ahab den König Israel zu überreden, dass er hinaufzieht und fällt zu Ramat in Gildas. Und als dieser so und jener anderes sagte, da kam ein Geist hervor, ein Geistwesen, trat vor den Herrn und sagte, ich will den überreden. Der Herr aber sagte zu ihm womit? Er sagte, ich will ausfahren und ein falscher Mund sein im Munde aller seiner Propheten. Aller seiner Propheten. Schauen Sie, das würde auch allerdings einmal bedeuten, dass hier ein Geistwesen vortrat, das ein Dämon war. Denn ein wahrer Engel Gottes wird ja nicht lügen. Es kann aber auch sein, dass hier ein Engel Gottes sich entschied, zu einem lügenden Geist zu werden. Es ist durchaus möglich, dass einige der Engel Gottes nach wie vor noch sündigen können. Es ist auch möglich, dass vielleicht sogar einige der Dämonen, die noch nicht die unvergehbare Sünde begangen haben, sich bekehren könnten. Das ist ein bisschen Spekulation, unsere Broschüre über Engeldämonen und die geistige Welt geht darauf näher ein. Gott sagt in Vers 21, du wirst ihn überreden und wirst es ausrichten, fahre hin und tue es so. Vers 22, jetzt fährt er mich auf, zu sagen, nun siehe, der Herr hat einen falschen Geist in den Mund dieser deiner Propheten gegeben und der Herr hat Böses gegen dich geredet. Vers 23, Und da trat der Zedekia, der Sohn Kinaans, dazu schlug Micha auf die Wange und sagte, welchen Weg ist der Geist des Herrn von mir gegangen, dass er durch dich redet? Also der verfolgt ihn jetzt, der falsche Prophet, wie natürlich auch wir heute, vielfach von falschen Dienern, die sich Diener Gottes nennen, aber keine sind, verfolgt werden. Micha sagte Vers 24, siehe, du wirst es sehen am Tage, an dem du von einer Kammer in die andere gehen wirst, um dich zu verstecken. Aber der König Israel sagte, nehmt Micha und lasst ihn bei Amon, dem Stadtvogt, und bei Joash, dem Sohn des Königs, bleiben und sagt, so spricht der König, legt diesen ins Gefängnis. Die gleiche Reaktion, die damals auch der Aser hatte, nur der Ahab, der war keineswegs von vornherein gerecht gewesen. Legt ihn ins Gefängnis, speist ihn mit Brot und Wasser, der Trübsal, bis ich mit Frieden wiederkomme. Und Micha sagte, kommst du mit Frieden wieder, so hat der Herr nicht durch mich geredet. Und er sagte, hört ihr Völker alle. So zogen der König Israels und Yushaphat, der König Judas, nach Ramoth, in Jüdigerk hinauf. Auch hier, wir sagen ihnen klar und deutlich voraus, aufgrund der Bibel, aufgrund der biblischen Prophezeiungen, dass es zu einem dritten Weltkrieg kommen wird, und zwar sehr bald. Und zwar sehr bald. Und keine Nation wird davon ausgenommen sein. Und wenn das nicht wahr ist, dann hat Gott nicht durch uns geredet. Und wir sagen auch hier, höret ihr Völker alle. Und die meisten wollen heute nicht hören. Aber die Zeit wird kommen, wenn sie sich in Trübsal befinden. Und dann werden sie zu Gott klagen. Und einige werden dann Gott suchen. Wir würden für sie bitten, dass es vorher geschehe. Aber viele sind so verstockt, so ablehnend gegenüber Gott und Gottes wahren Diener, dass sie nicht hören wollen. Das ist 29. Und der König Israels sagte zu Yushaphat, ich will mich verkleiden und in den Kampf kommen, du aber behalte deine Kleider an. Und der König Israels verkleidete sich und sie kamen in den Kampf. Aber der König von Syrien hatte den Obersten über seinen Wagen geboten, ihr sollt nicht kämpfen, weder gegen Klein noch gegen Groß, sondern gegen den König Israel allein. Da nur die Obersten über die Wagen Yushaphats sahen, da dachten sie, das ist der König Israels und umringten ihn, um gegen ihn zu kämpfen. Aber Yushaphat schrie und er herhalf ihm und Gott wandte sich von ihm weg. Denn als die Obersten über die Wagen sahen, dass er nicht der König Israels war, da wandten sie sich von ihm ab. Und er spannte aber einen Mann in Arglosigkeit seinen Bogen und schoss den König Israel zwischen Panzer und Wehrgehänge und er sagte zu seinem Wagenlenker, wende deine Hand um und bringe mich aus dem Heer, denn ich bin verwundet. Und der Kampf nahm zu an diesem Tage und der König Israel stand auf seinem Wagen gegen die Syrer bis zum Abend und starb, als die Sonne unterging. Schauen Sie, wenn es Gottes Wille ist, dass etwas geschieht, dann kann man sich auch noch so verkleiden, dann kann man sich auch noch so verstecken, dann kann man auch noch so viel von Gott davonlaufen wollen, das wird einem nichts bringen. Der Jonah, der wollte von Gott weg, weil er wollte nicht das tun, was Gott ihm sagte, aber Gott sah zu, dass er doch das tat, was er zu tun geboten war. Und hier der Ahab, der wollte sich auf diese Weise jetzt verkleiden, dass er dachte, okay, dann werde ich jetzt nicht umkommen, aber er kam um, denn Gott sah zu, dass er umkam, das war das, was bestimmt war und da gab es keinen drinnen. Aber hier der Joschafat hatte auch nicht recht gehandelt, dass er sich mit dem Ahab verbunden hatte. Kapitel 19 lesen wir weiter. Joschafat aber, der König von Judah, kam wieder nach Jerusalem mit Frieden. Und Jehu, der Sohn Hananis, der Seher, der kam heraus, ihm entgegen und sagte zum König Joschafat, sollst du so dem Gottlosen helfen? Er hat dir dem Ahab geholfen und lieben, die den Herren hassen. Deswegen ist der Zorn des Herrn über dir. Schauen Sie, wenn wir uns mit falschen Menschen verbinden, auch wenn es eine Partnerschaft, sagen wir mal, im Geschäftsbereich ist, das wird nie klappen. Das wird Gott nicht segnen. Wie können Sie eine Partnerschaft haben mit jemandem, der gottlos ist? Gottlos auch in dem Sinne, dass er nicht so lebt, wie Gott es vorscheint. Zum Beispiel, Sie haben eine Partnerschaft im Geschäftsleben und der eine hält den sabber, der andere nicht. Ja, wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Deswegen sollen wir, wenn wir nicht verheiratet sind, uns auch nicht mit Menschen verbinden, im Hinblick auf eine weiterführende Heirat, sagen wir mal, die nicht bekehrt sind. Ein Christ soll nur eine Christin heiraten. Eine Christin soll nur einen Christ heiraten. Nun, man muss sehen, ob jemand von Gott berufen ist. Das schon. Darum geht es mir hier nicht. Aber wenn Sie an eine Heirat denken, dann kann es nur eine Heirat sein zwischen zwei bekehrten Menschen. Sonst würde es nicht gut gelingen. Wenn man verheiratet ist, sieht die Sache anders aus. Gott sagt, wir sollen uns nicht scheiden lassen von jemandem, der nicht bekehrt ist. Es sei denn, derjenige, der nicht bekehrt ist, will die scheitern und zeigt euch sein oder ihr Verhalten. Aber mit anderen Worten, es sieht anders aus. Aber wir sollen uns erst gar nicht in eine solche Situation begeben, sagt uns Gott. Das gleiche im Geschäftsleben. Aber er sagt weiterhin Vers 3 dieser Seher. Aber doch ist etwas Gutes in dir gefunden worden, dass du die Aschera-Bilder aus dem Lande ausgefegt und dein Herz darauf gerichtet hast, Gott zu suchen. Und so blieb Joschafat in Jerusalem und er zog wieder aus unter das Volk von Beersheba an bis auf das Gebirge Ephraim und brachte sie wieder zu dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Und er bestellte Richter im Lande, in allen festen Städten Judas, in jeder Stadt einige und sagte zu den Richtern, seht zu, was ihr tut. Denn ihr haltet das Gericht nicht für Menschen, sondern für den Herrn. Und er ist mit euch im Gericht. Auch das ist wichtig, wenn wir eine Funktion haben, wo wir Urteile fällen müssen. Denken wir daran, wir tun das nicht für uns. Wir tun es für Gott. Und Gott sollte uns inspirieren, die richtigen Urteile zu fällen. In vielen Fällen denkt man gar nicht daran, dass man Gott um Weisheit und Rat bitten soll, bevor man seinen Mund auftut, um etwas zu sagen. Und dann hat man meistens dann die falschen Dinge gesagt, die falschen Worte. Und da muss man sich nachher vielleicht sogar noch entschuldigen dafür, dass man Falsches gelehrt, Falsches gesagt hat. Darum lasst die Furchtversieben des Herrn bei euch sein und hütet euch und tut es denn bei dem Herrn, unserem Gott, ist weder Unrecht, noch ansehend der Person, sondern oder noch annehmend von Bestechung. Mit anderen Worten, Gott richtet gerecht. Egal, wer das jetzt ist. Wir in Gottes Kirche müssen auch gerecht richten. Die Predigerschaft muss gerecht richten. Die können keine Unterschiede machen. Der tut das, okay, auf den müssen wir zugehen. Na, der tut das, okay, den lassen wir mal in Ruhe. Nein, so geht das nicht. Jeder wird auf gleiche Weise und muss auf gleiche Weise beurteilt werden. Wenn falsche Dinge getan werden, müssen die zur Sprache kommen und hoffentlich werden diese Dinge dann abgestellt. Sonst muss es weitere Situationen und Konsequenzen geben. Und auch kein Annehmen der Bestechung. Ja, der tut was für uns, von daher lassen wir ihn in Ruhe. Nein, keineswegs. Keineswegs. Wenn sie diese Erwartung haben, haben sie eine falsche Erwartung. Vers 8. Auch bestellte Josaphat in Jerusalem einige von den Leviten und Priestern und von den Obersten der Vaterhäuser in Israel über das Gericht des Herrn und über die Streitsachen und ließ sie in Jerusalem wohnen und gebot ihnen, handelt in der Furcht des Herrn, treu und mit ungeteiltem Herzen. In allen Rechtssachen, Vers 10, die vor euch kommen, vor euren Brüdern, die in ihren Städten wohnen, zwischen Blut und Blut, zwischen Gesetz und Gebot, zwischen Sitten und Rechten, sollt ihr sie unterrichten, dass sie in sich nicht am Herrn verschulden und ein Zorn über euch und eure Brüder kommen. Tut es so, dann werdet ihr euch nicht verschulden. Wir lesen auch im Vers 11. Seht, Amarja, der oberste Priester, ist über euch in allen Sachen des Herrn und Sebatja, der Sohn Ismaels, der Fürst im Hause Judah, in allen Sachen des Königs und als Amtleute habt ihr die Leviten vor euch, seid getrost und tut es und der Herr wird mit dem Guten sein. Wenn wir auf richtige Weise handeln, dann wird Gott uns helfen. Wenn wir auf falsche Weise handeln, dann wird Gott nicht mit uns sein. Und jetzt lesen wir in Kapitel 20 etwas, was leider, leider, leider eine total falsche Entwicklung darstellt. Hier ist dieser Joschafat. Nun, der hatte schon ein Problem gehabt, in dem, dass er sich mit dem Ahab verbündete, verschwägerte. Aber gleichwohl war noch Gutes an ihm, wie es heißt, weil er die Aschera-Bilder weggenommen hat. Er hätte sich mittlerweile doch klar darüber sein müssen, dass seine Kriegsführungen in keinster Weise gottwohlgefällig waren. Aber jetzt passt es hier folgendes, Kapitel 20, Vers 1. Und danach kamen die Kinder Moab, die Kinder Ammon und mit ihnen auch Meuniter, um gegen Joschafat zu kämpfen. Und man kam und sagte Joschafat an, es kommt eine große Menge von jenseits des Meeres, von Syrien, gegen dich. Und siehe, sie sind in Hassison-Tamar, das ist Engedi. Vers 3. Und Joschafat fürchtete sich und richtete seinen Sinn, den Herrn zu suchen. Das war richtig. Und ließ unter ganz Judah ein Fasten ausrufen. Das war richtig. Zunächst einmal konzentrierte er sich auf Gott. Und Judah kam zusammen, um den Herrn zu suchen. Und kamen sie aus allen Städten. Judas, um den Herrn zu suchen. Und Joschafat trat im Hause des Herrn vor dem neuen Hof unter die Gemeinde Judas von Jerusalem und sagte, Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel? Und Herrscher in allen Königreichen, der Nation, ist deiner Hand oder in deiner Hand ist Kraft und Macht und es ist niemand, der gegen dich bestehen kann. Hast du, unser Gott, nicht die Einwohner dieses Landes vor deiner Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams, deines Freundes, für ewig gegeben? Es gibt nur sehr wenige, die hier in der Bibel ganz buchstäblich mit dem Freund Gottes beschrieben werden. Abraham ist einer von denen. Aber wussten sie, dass auch sie ein Freund Gottes werden können? Was sagt Christus? Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und so fährt er vor zu sagen, sodass sie darin gewohnt und dir ein Heiligtum für deinen Namen darin gebaut und gesagt haben. Vers 9. Wenn ein Unglücksschwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommt, sollen wir vor diesem Haus vor dir stehen, denn dein Name ist in diesem Hause und in unserer Not zu dir schreien, so sollst du hören und helfen. Und wenn wir eine Not haben, wenn wir eine Problematik in unserem Leben haben, dann wenden wir uns an Gott und bitten wir ihn um Hilfe. Und Gott wird uns helfen, wenn unser Herz aufrichtig und wahrhaft ihm gegenüber schlägt. Und das war richtig, was der Jochaphat hier getan hat. Nun siehe, Vers 10, die Kinder Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir, durch die du die Kinder Israel nicht ziehen ließest, als sie aus Ägypten zogen, sondern sie mussten von ihnen weichen und durften sie nicht vernichten. Siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen, um uns aus deinem Erbe, das du uns gegeben hast, auszustoßen. Unser Gott, willst du sie nicht richten, denn in uns ist keine Kraft gegen diese große Menge, die gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Eine wunderschöne Einstellung hier, die da Jochaphat hatte. Er hat nicht unbedingt total kapiert, dass man überhaupt gar nicht kämpfen sollte. Das hatte scheinbar bei ihm noch nicht so geklickt. Aber zumindest wendet er sich an Gott und bittet ihn um Hilfe. Und ganz Judah stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, Frauen und Söhnen. Aber aus Jahazel, den Sohn Saharias, des Sohnes Benayas, und so weiter und so fort, den Leviten, aus den Kindern Asaph kam, der Geist des Herrn, mitten in der Gemeinde. Und er sagte, Merket auf, ganz Judah und ihr Einwohner von Jerusalem und du König Jochaphat, so spricht der Herr zu euch, ihr sollt euch nicht fürchten noch verzagen vor dieser großen Menge, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Wenn das unsere Einstellung heute wäre, wenn wir uns bedroht fühlen, wenn wir als eine Nation uns bedroht fühlen oder wirklich bedroht werden, dann an eine Nation ist es unsere Reaktion, dass wir uns an Gott wenden und sagen, Gott, du kämpfe für uns. Oder meinen, wir müssen unsere Heeresmacht noch vergrößern, sodass wir genug in unserer Armee haben, sodass wir Kriege führen können. Vers 16, Morgen sollt ihr zu ihnen hinabziehen und seht, sie ziehen die Höhe von Cis herauf und ihr werdet auf sie treffen, wo das Tal endet, vor der Wüste Jiruel. Aber ihr werdet nicht kämpfen in dieser Sache, Vers 17. Ihr werdet nicht kämpfen in dieser Sache. Tretet nur hin und seht und seht das Heil des Herrn, der mit euch ist, Judah und Jerusalem. Fürchtet euch nicht, verzagt nicht, morgen zieht aus gegen, oder morgen zieht aus gegen sie und der Herr ist mit euch. Hat das der Joschaphat geglaubt? Wie, ich soll gegen diese Macht überhaupt gar nicht kämpfen müssen? Haben das die Juden geglaubt, damals das Haus Judah? Vers 18, da bräuchte sich Joschaphat mit dem Gesicht zur Erde und ganz Judah und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herr nieder und beteten Herrn an. Und die Leviten aus den Kindern der Keatita, nämlich von den Kindern der Korarita, die machten sich auf, den Herrn, den Gott Israels, zu loben, mit lauter Stimme zum Himmel. Und sie machten sich des Morgens früher auf und zogen aus der Wüste die Korar. Als sie auszogen, da trat Joschaphat vor sie hin und sagte, hört mir zu, Judah und ihr Einwohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr Glück haben. Glaubt nicht denen, die sagen, wir müssen heute Krieg führen. Und er unterwies das Volk und bestellte die Sänger für den Herrn, die lobten, in heiligem Schmuck, zogen vor den Gerüsteten her und sagten, danke dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit wäret ewig. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, da ließ der Herr einen Hinterhalt über die Kinder Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir kommen, die gegen Judah gekommen waren und sie wurden geschlagen. Und da standen die Kinder Ammon und Moab gegen die vom Gebirge Seir, um sie zu verbannen und zu vernichten. Und als sie die vom Gebirge Seir alle aufgerieben hatten, da brachten einer den anderen um. Gott sah zu, dass die sich jetzt gegenseitig bekämpften. Das passiert auch manchmal, dass Gott da irgendwie eingreift und Alliierte auf einmal gegeneinander kämpfen, sodass sein Volk gerettet wird. Oder auch wenn sie Feinde haben. Gott kann eingreifen, sodass ihre Feinde sich gegeneinander aufreiben, sodass sie nicht gegen sie kommen. Vers 24. Und als Judah an den Aussichtspunkt an der Wüste kamen, da wandten sie sich gegen die Mengen und siehe, da lagen die Leichname auf der Erde, sodass keiner entkommen war. Und Josaphat kam mit seinem Volk, Vers 25, um ihre Beute auszuteilen und sie fanden unter ihm so viele Güter, Kleider und kostbare Geräte und nahmen sie mit, dass es auch nicht zu tragen war. Und sie teilten drei Tage die Beute aus und es war viel. Und am vierten Tage kamen sie im Lobetal zusammen, denn dort lobten sie den Herrn. Da heißt die Stätte Lobetal bis auf diesen Tag. Und so gehrte jeder von Judah und Jerusalem wieder um und Josaphat an der Spitze, um mit Freuden nach Jerusalem zu ziehen, denn der Herr hatte ihnen eine Freude gegeben an ihren Feinden. Und sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern, Harfen, Trompeten zum Hause des Herrn und Vers 29, die Furcht Gottes kam über alle Königreiche in den Ländern, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gekämpft hatte. Und so war das Königreich Josaphats ruhig und Gott gab ihm Ruhe umher. Schauen Sie, eine wunderbare Erzählung hier, eine wunderbare Ereigniskette. Wenn der Josaphat anders gehandelt hätte, wenn er gesagt hätte, wir müssen gleich wohl kämpfen, wir brauchen uns nicht auf Gott zu konzentrieren, dann wäre die Sache anders verlaufen. Das war die Lektion, die Gott ihm gab. Das hätte die Lektion sein sollen für den Rest seines Lebens. Leider, leider, leider war es eben nicht der Fall. Jetzt verfällt Josaphat genau in den gleichen Fehler, den er vorher begann. In Vers 31. Josaphat regierte über Judah und war 35 Jahre alt, als er König wurde und regierte 25 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Asubar, eine Tochter Schil hieß. Er ging auf dem Wege seines Vaters, Asa, und ließ nicht davon abzutun, was recht war in den Augen des Herrn. Bis zum Schluss, nicht wahr? Und dann hatte Asa ja leider gefehlt. Vers 33. Nur die Höhen wurden nicht beseitigt. Okay, das hatte er auch nicht getan. Denn das Volk hatte sein Herz noch nicht auf den Gott ihrer Väter gerichtet. Er hatte zwar begonnen, auch noch einige der Höhen zu beseitigen, die der Asa übrig gelassen hatte, aber scheinbar nicht alle. Was mehr von Josaphat zu sagen ist, vom Anfang bis zum Ende, seht ihr, das ist geschrieben in den Geschichten Jehus, des Sohnes Ananis, die ins Buch der Könige Israels aufgenommen wurden. Jetzt kommt das Problem. Man würde es kaum glauben, nach all dem, was wir gelesen haben. Jetzt kommt das Problem. Vers 35. Danach vereinigte sich Josaphat, der König Judas, mit Ahasja, dem König Israels, der gottlos war in seinem Tun. Genau das gleiche wieder, was er vorher getan hatte mit Ahab. Er vereinigte sich wieder mit jemandem, der gottlos war in seinem Tun. Und er verbündete sich mit ihm, Vers 36, Schiffe zu bauen, um aufs Meer zu fahren. Und sie bauten die Schiffe in Esion-Geber. Aber Eliezer, Vers 37, der Sohn Dodabas von Marecha, weis sagte gegen Josaphat und sagte, weil du dich mit Ahasja vereinigt hast, hat der Herr seine Werke zerschlagen. Und die Schiffe zerschellten und konnten nicht nach Tarsis fahren. Es war hier zwar keine Kriegssituation, aber es war eine Situation, wo die sich da vereinigt hatten, sagen wir mal, im geschäftlichen Bereich. Und Gott zerschlägt das. Gott hatte das in keinster Weise gesegnet. Der Josaphat hätte es besser wissen sollen. Der hatte sich schon mal mit dem Arab vereinigt. Und jetzt tut er es wieder mit einem gottlosen Menschen. Und es heißt hier in Kapitel 21, Vers 1, und Josaphat legte sich zu seinen Vätern und wurde bei seinen Vätern in der Stadt Davids begraben. Und dann kam ein anderer König auf. Das sind die Lektionen, mit denen ich heute schließen möchte, die wir aus diesen beiden Königen oder von diesen beiden Königen lernen können. Die haben gut angefangen. Die haben lange Zeit gerecht gelebt. Aber dann kam etwas in ihrem Leben auf, warum sich der Josaphat mit dem König von Israel verbunden hat, wird er nicht gesagt. Aber die Tatsache, dass er sich verbunden hatte, war das Problem. Man kann immer auf irgendwelche Weise etwas tun, von dem man meint, man kann das rechtfertigen. Aber Gott sagt, nein, die Anweisung ist klar und deutlich. Das ist der Weg, den geht, weder zu Recht noch zu Lenken. Das müssen Sie begreifen. Meinen Sie nicht, ich hätte keine Barmherzigkeit und Liebe, wenn ich Ihnen das sage, ganz im Gegenteil. Ich möchte ja, dass Sie den rechten Weg gehen, sodass Sie eben nicht von Gott gestraft werden, denn das ist ja hier geschehen, in so vielen Fällen. Und dann reagieren Sie auch noch falsch am Ende, wenn Gott Sie dann bestraft. Dann sagen Sie, warum Gott bestraft mich denn? Ich habe doch hier mein ganzes Leben lang treu gehandelt. Ja, bis dann der Punkt kommt, wo Sie eben nicht mehr treu handeln. Denken Sie daran, dass dies Lektionen sind für uns heute, sodass wir nicht die Fehler begehen, die hier von diesen beiden Königen begangen worden sind. Und wir werden dann demnächst noch über weitere Könige mit Ihnen sprechen, die ebenfalls, aus welchen Motiven auch immer, gut begannen und schlecht endeten. Uns zur Lehre, uns zur Ermahnung, uns zur Rechtweisung, uns zur Hilfe, uns aber auch zur Ermutigung, sodass wir nicht diese Fehler tun, die Sie getan haben. Ich bedanke mich heute für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Die Kirche des ewigen Gottes.